Ich weiß nicht, ich möchte mich ausgeworfen werden. Ich möchte verschiedene Filme sehen, die sie projekten. Und Spaß haben. Es ist schön. Es sind so viele Stühle und es ist leer. Es ist so ein grosser Platz und die Leinwand ist so gross im Hintergrund. Ja, es ist schön. Ja, wir haben gedacht, wie viele Stühle man auf so einen Platz bringen kann. Also das ist schon beeindruckend, wie man in diesem kleinen Teil so eine Atmosphäre von Kunst und Kultur schafft. Also ich glaube, dass das schön wird. Wir sind von Russland, Italien und dann von Bordeaux zu diesem Festival, zu der Stadt. Und nur jetzt wissen wir, dass es ein Festival gibt. Und das ist so beeindruckend. Mein Englisch ist gut. Und ich weiß. Wir sind in Vespa 25 Jahre alt. 55 Jahre alt. Und dann ist es eine Freundschaft von Liebe. Es ist ein Freund für den Film, aber auch für den Ambienten, für die Diskussionen. Wir sind hier in Kontakt. Wir sind hier in Kontakt. Das ist ein Spunkt, der seine思想 hat, der sich er als Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film. Dann, der sich selbst erört, der seine Perspektiv ist. Und er, wie alle anderen Direktoren haben, haben sie. Weil es öfters zu haben, ist es auf der Publikum. Es ist der Gewalt, nicht nur von der Werken-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film. Ich habe einen Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film gesehen. Ich habe noch nie die Bestoppositionen, aber sie sind interessanti. Ich bin ein Film-Film-Film, sehr liebte. Ich wünsche mir meine Superstar hier. Werner Herzog-Fitz-Geraldo für uns. Für dich. Und ich habe gesagt Klaus Kinski. Ich habe hier gehört. Aber insbesondere zwei Namen, Werner Herzog, weil ich als Kind habe gesehen, hat ihn sehr gefühlt, hat ihn sehr gefallen, hat er wirklich ein ganzes Film, 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 ein Jahr 70 und dann, und dann Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset, mich interessiert als Personagel, das ich als Jugendlicher hatte, und jetzt ist es schon immer ein Personagel. Und dann auch Christophe Rie, ich sage, ja. Aber von denen die erwähnten, ich denke, ich will sehen, Faye Dunaway. Ich freue mich auf die Dünne. Sergio Castellito, ein brav alt, ein brav alt, ein brav alt, ein brav alter, ein brav alt. Eine gute Frau, eine brave Frau, die schreibt, er kann sie in den Film rein, er kann sie tragen, eine gute Frau, wie Penelope Cruz. Über Time, ich will sehr gerne sehen, ich habe die Band-Annonsen auf Internet gesehen. Und das wünschen wir. Und Sie, was Sie uns empfehlen?